Michael Nahloch ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Er ist der Sohn des Berliner Schauspielers Willi Nahloch und trat in die Fußstapfen seines Vaters, mit dem er ab 1969 in Dolles Familienalbum erstmals gemeinsam vor der Kamera des DDR-Fernsehens auftrat. Wiederkehrende Auftritte hatte er vor allem in folgender Serie Polizeiruf 110. Nach 1990 arbeitete er hauptsächlich als Synchronsprecher in zahlreichen Filmen und Serien. Nahloch war bereits in der DDR auch als Sprecher tätig. Filmografie 1969 zu 71 Dolles Familienalbum 1974 Polizeiruf 110 Lohnraub 1975 Polizeiruf 110 Der Mann 1975 Polizeiruf 110 Zwischen den Gleisen 1976 Polizeiruf 110 Vorurteil 1977 Dantons Tod 1978 Polizeiruf 110 Holzwege 1978 Amor holt sich nasse Füße 1978 Rothschlipse 1979 Polizeiruf 110 Heidemarie Göbel 1980 Polizeiruf 110 in einer Sekunde 1981 Polizeiruf 110 Der Schweigsame 1983 Polizeiruf 110 Schnelles Geld 1986 Jan auf der Zille 1989 Polizeiruf 110 Zehn Drei Flaschen Tokajer Hörspiele 1960 Anna und Friedrich Schlotterbeck An der Fernverkehrsstraße 106 Regie Theodor Popp 1969 Franz Freitag Der Egoist Regie Gerd Andrea 1973 Bertolt Brecht Das Leben des Galilei Regie Fritz Göhler 1974 Günter Spranger Zur Fahndung ausgeschrieben Sabine Regie Albrecht Surkau 1974 Hans-Ulrich Lüdemann Blühlein ist gegangen Regie Fritz Göhler 1979 Wiebke Martin Die Bürgen Regie Joachim Staritz 1979 Horst Behrensmeier Lösegeld Regie Hans Knötsch 1979 Joachim Goll Der Hund von Rackerswil Regie Werner Grunow 1980 Norbert Klein Alles ist anders Regie Wolfgang Brunnecker 1980 Otto Malang Wellermann macht's möglich Hans Knötsch 1981 Reinhard Kriebner Schlachtenbummler Regie Joachim Goettner 1981 Peter Gauglitz Drei Schweizer Uhren Regie Wolfgang Brunnecker 1981 Peter Gauglitz Chesterfield Regie Joachim Goettner 1984 Peter Gauglitz Feuerbitte Regie Edith Schon 1987 Wilhelm Rabe Die Chronik der Sperlingsgasse Regie Manfred Teubert Rundfunk der DDR 1989 Marion Selig Das Mädchensekunder und der Dieb Regie Manfred Teubert Was ist nicht ganz z umружend estud PJM-this war? Er macht 50-방s Die Guy er Vielen Dank.